Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf einem Erlebniswanderweg und zwar rund ums liebe Vieh. Diese Wanderung hat etwa 13 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann kommt mit. Guten Morgen, guten Morgen! Ich denke, sie wird krege. Soll ich das. Okay, so kommt die Teile an. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Passt wie im Schwarzwald. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute bei dieser Witterung. Wer aber auf dieser Tour viele Tiere sehen will, der geht diesen Weg eher ab Frühling. Dann sind es definitiv wieder sehr viele Tiere zu sehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, werden wir uns über Kommentare sowie über einen Daumen hoch sehr freuen. Also, bis dann, tschau tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Noch etwa einen Kilometer, dann sind wir auch schon wieder im Auto. Die Tour hat uns gut gefallen. Es war eine schöne Winterwander-Tour. Ja, Gott noch mal.